hallo ich wollte mal was zum thema noch mal bringen weil ich das manchmal so zwischendurch erwähnt habe um es kurz zu machen es gab eine schlag bei lignitz damals 1941 und dann in ungarn und beide haben die mongolen überlegen gesiegt haben die halt sie haben die vernichtete geschlagen die deutsch polnischen und ungarischen truppen und jetzt geht es um diese geschichte hier die sache ist die wir haben eine geschichte der schamanen der mongolen und sie behaupten ja dann noch nach gönlitz geritten zu sein und haben hier mehrere krieger begraben paar wiederbelebt leider kann ich die blöde werbung hier nicht ausmachen schamane beschwert in gönlitz die geister wichtig für meine thematik der mongole reiste extra an und an meinen geheimen platz an der neise mit verstorbenen kontakt aufzunehmen hier es gibt mystische plätze voller rätsel wie die pyramiden von gizze in ägypten oder die steinkreise von stone age und es gibt gönlitz an der neise ja eine kleine stadt ohne weltpolitische bedeutung doch mongolische schamanen halten ausgeschaut gönlitz für einen außergewöhnlichen kraftort das ist die geschichte die darauf basiert die war 1241 praktisch bisschen später also noch in diesem jahr ist das alles passiert und jetzt geht es darum schamane sind menschen mit paranormale übersimmliche begabung was soll der mist hier ich will keine werbung und keine filme kontakt mit der welt der toten jenseits aufnehmen und in der zukunft sehen ja das sind alles störfaktoren ja gebe ich zu das nervt mich total kann ich nicht abschalten leider ihre ausbildung erfolg lebenslang und auf vielen ebenen durch alte schamanen spirituelle theorie mythen techniken und in den trans zustand über visionen schamanische reisen jenseits besuch und träume jenseits besuch anders weltbesuch auch nato toterfahrung auch irgendwelche pilz trips und so zeug ja ja und nochmals jahr der mongolische schamane hat die funktion eines zauberers wahrsagers heilers und seelenhirte der seelenhirte aber er behauptet an einem geheimen platz nahe der naisa existiert in köln ist ein hochenergiefeld was habe ich mehrmals gesagt schon ich wusste davon nicht mal was damals ich habe das schon da gerade in der ruhmishalle auch gespürt die frau die dort arbeitet und seit der kindheit dort immer rumgehangen hat sie hat mich bestätigt sie hat genau den gleichen punkt erwähnt ohne dass sie wusste dass ich das weiß das war leute gut dass die tür zum toten reich öffnet es mag zudem schwere wunden zu schließen bei vollmond unfruchbarkeit zu heilen und zu bestimmten planeten konstellationen die geister kürzlich verstorben unsere welt wieder sichtbar zu machen sichtbar zu machen alles themen die ich auf mein kanal behandle und mein haupt thema ist inzwischen halt die ganze thematik jakob böhm aber auch das hier alles der von sternwollung bis zu dieser thematik weil das alles meine meinung zusammenhängt das wissen über diesen glitzer platz haben den mann seine vorfahren hinterlassen die geschichte geht in das jahr 1241 zurück das sind wir bei der schlacht 90 kilometer steht ja liegt liegt wahlstadt die mongolen siegten gegen die deutschen zogen aber trotzdem wieder ab aber vorher war sie noch hier ist das nicht erstaunlich unsere verletzten brachten wir an diesen gehörter kraft wo sogar einige tote wieder erweckt wurden nur für den tödlich verwundeten herführer soll sich das spirituelle zeitfenster bereits wieder verschlossen haben der schamane man begrubt ihm mit dienen waffenschätzen hier in der nähe hundetreiter ich habe letztens 60 gesagt oder so die später geköpft wurden ritten immer wieder über sein grab damit dieser niemals entdeckt wird gleich zeige ich euch noch ein paar details leute und dann sagt scharkan wir behüten auch seine seele jeder mann unserer familie der schamane er beantritt muss einmal in seinem leben nach gölitz pilgern ich wohne hier der hier ist einer von sieben orten in europa und asien wo die ahnen ihr grenzenloses wissen durch visionen auf uns übertragen ich wohne hier sowas von perfekt nur beispiele wie sehen die gräber hier aus man hat die ein ausgegraben hier da seht ihr einfach die größe ungefähr aber der das ist wohl ein bisschen kleinerer muss das gewiss sein hier grab von jengis kann entdeckt ihr sieht die haben auch in felsen gegraben und mauern gebaut auch grabhügel errichtet auf steinen und trockermauer werk was habe ich hier noch genau hier seht ihr zum beispiel erinnert total an keynes auch in frankreich in deutschland gibt es sowas auch hügelgräber natürlich ist das alles irgendwie verwandt guckt euch diesen dreizack hier oben an neptun muss ich sofort daran denken was denkt ihr was die alles dort haben auch drachen und sowas das ist viel viel näher verwandt als ihr denkt selbst die farben habe ich eben entdeckt nur als beispiel eine bis zu vier meter hohe mauer umgibt den jüngst erforschten nekropolen hügel in einem der 20 ungeöffneten gräber vermuten die ausgräber den leichnam jengis kann bis heute wurde er nicht gefunden ne das ist aber schaut euch das an wald fels so ein fels ja berg kann man das nicht nennen aber das war so ein hügel und dort drin haben die das rausgegraben und dann zugeschüttet und drumherum ist eine mauer aber es sieht teilweise wirklich unterschiedlich aus ich hatte hier eigentlich irgendwie bessere bilder ja es kann unterschiedlich aussehen und deshalb wo ist das hier an der nice ist das noch da ist das unter dem lochstein ist das da hat man das schon längst geplündert dort wo so ein steinbruch ist und so ein felsgang keine ahnung leute aber sieben der tore in asien und europa gibt es sieben tore zu der unterwelt und eins davon soll in geöldet sein laut ihren aussagen so langsam beende ich das video weil ich wahrscheinlich jetzt ich habe das echt chaotisch gemacht gebe ich zu ihr seht die blaue farbe kommt auch auf genau wie bei venus und inana dreizack das ist jetzt nur oberflächig die sind uns gar nicht so anders gewesen und wisst ihr was erstaunlich ist chinesen haben meistens keine bärte aber mongolen irgendwie schon nebenbei einfach nur guckt euch bitte das an würdet ihr vermuten dass dort irgendwie mongolen grab sein kann das sieht aus wie auf dem mars ganz kurz ich klicke das noch ich wollte das nur als beispiel zeigen wieso ich auch einmal vermutet habe das grab könnte eigentlich überall sein ich suche das auch nicht wirklich selbst wenn ich das finden würde ich würde es nicht verraten tatsächlich das würde ich nicht verraten weil die archäologie ist auf staatlicher raub ja das sind raubgräber ähm grabräuber wollte ich sagen was machen die zerstören die gräber holen alles raus ja die untersuchen es klar verteilen es auf museen so war das nicht gedacht entschuldigung dass ich das jetzt einfach direkt sage aber ich finde das wir haben genug gräber schon geöffnet um zu sehen wie das ungefähr gebaut ist man sollte auch vieles einfach so lassen wie es ist auch für spätige generationen hier seht ihr mongolen 6000 jahre alte tradition wahrscheinlich vielleicht noch älter die umgebung wollte ich nur zeigen ihr habt ihr felsen überall und dort hat man auch gräber irgendwo reingebaut auch in den felsen reingeschnitten auch gänge gemacht jetzt noch das zusätzliche ist noch das herr der mongolischen goldenen horde wieder gold und dieses blau dreizack das ist hier der mongolische schamanismus ich überspringe das meiste aber das ist sehr interessant der mongolische schamanismus konzentriert sich auf die verehrung von vielen verschiedenen göttern der gris der am meisten verehrte gott ist neben anderen tengah himmel gott des himmels und wird auch manchmal als mong-mong-tengri bezeichnet was ewiger ewig blauer himmel bedeutet ein komplexes system aus medizin naturverehrung götterverehrung und ahnenkult zeichnen die mongolische volksreligion aus zur kommunikation mit den göttern und der geisterwelt wurden schamanen beauftragt doch wie im tibetischen bön können auch einfache menschen mit geistern oder göttern in kontakt treten tengri tengri oder tegri ist die bezeichnung für die götter oder höchsten geistigen wesen wie viele von diesen wesen es gibt wird verschieden interpretiert ja ist auch schwierig würde ich sagen hier es gibt 99 höchste mythische wesen und dann noch andere geister und ahnengeister naturgeister und so weiter familienschutzgeister ihr seht ist jetzt nicht so verteufelt gut das werde ich nicht mehr vorlesen alles hier aber der tag an dem die geister wieder kehrten einfach mal hier das bilder anschauen auch seine tarnung hinter dem schwarzen gesicht verstecken ich finde das interessant einfach guckt euch an das steht einfach dort im wald es brennt ein feuer und da hat hier so ein aufgemaltes gesicht auch schwarz hier so mit den federn und dann die blaue farbe wieder das ist alles sowas von verwandt leute aber ich denke das video wird einfach zu lang wollte nur so zeigen als beispiel wieder haben wir ein bisschen diese kachinas diese clowns harlequins ist auch drin wieder guckt euch das bitte an hier ja streng genommen sind das auch ja jetzt nicht direkt indianer das ist auch wieder nicht ganz richtig und trotzdem sind die den sehr verwandt die religion auch das aussehen ja okay ich glaube ich habe jetzt genug gequatscht und deshalb sage ich jetzt tschüss und bis dann hallo eischhörnchen ach Mist wie es da guckt wie süß ja es sah so das sah perfekt aus wie es habt ihr gesehen wie es springt ja ja ja